Mein Name ist André Czuric und ich arbeite seit Januar 2012 bei Fresenius Medical Care im strategischen Einkauf. Fresenius Medical Care ist der weltweit größte Anbieter für Dialyse-Dienstleistungen und Dialyse-Produkte in der Medizintechnik. Wir sind auf der Suche nach Praktikanten im strategischen Einkauf, die gerne in einem internationalen Umfeld ihre Praktikumsstelle absolvieren wollen. In unserer Abteilung sind wir dafür verantwortlich, die Rohmaterialien und halbfertige Erzeugnisse zur Weiterverarbeitung für die Dialyse-Produkte zu beschaffen. Als Praktikant im strategischen Einkauf bei Fresenius Medical Care arbeitet man in einem internationalen Umfeld, nimmt an Videokonferenzen, an Telefonkonferenzen teil, übernimmt Teilprojekte bzw. führt Abstimmungen mit den Kollegen in den diversen Regionen, beginnend mit Asia-Pacific über Europa bis hin zu Lateinamerika und Nordamerika. Da wir in einem internationalen Umfeld arbeiten, sind Englisch Grundkenntnisse bis erweiterte Kenntnisse von Vorteil. Wir suchen Bachelor- oder Masterstudenten aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik. Wenn Sie gerne in einem internationalen Umfeld Ihr Praktikum absolvieren wollen, motiviert, engagiert und kommunikativ sind, dann sind Sie bei uns genau richtig. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020